Der FC Barcelona ist unter Hansi Flick mit 4 Siegen aus 4 Spielen in der spanischen La Liga überragend in die Saison gestartet. Und das habe ich mir jetzt mal zum Anlass genommen, um so ein bisschen auf die taktische Herangehensweise zu blicken, vor allem die vielen Stärken herauszuarbeiten, was bisher gut läuft, aber auch ein bisschen auf die Schwächen zu blicken. Bevor wir zu expliziten Spielszenen kommen, erstmal die Trainerbesetzung mit Hansi Flick generell. Da muss man ja schon sagen, dass die aus deutscher Sicht sehr belächelt wurde. Er hat ja bei Bayern sehr stark performt, ist dann gegangen, weil er mehr oder weniger zum DFB wollte, mit den Bayern-Bossen, vor allem mit Salihamidzic, zerstritten war. Und das ist dann schon eher in die Hose gegangen, beziehungsweise ja, komplett muss man einfach so sagen. Ich persönlich sehe das aber schon so, dass da vielleicht einfach zu wenig Zeit vorhanden war, um seine Spielweise wirklich umzusetzen, beziehungsweise dass die generell nicht unbedingt perfekt für Nationalmannschaftsfußball ausgelegt war. Denn da konntest du einfach nicht so viel trainieren. Er verlangt von seinen Spielern eine hohe Intensität. Das war ja auch die große Stärke bei seinem Bayern-Team damals. Und das sieht man jetzt auch schon bei Barcelona. Da gibt es auch eine Aussage von Petri, dass sie deutlich härter arbeiten im Training und so weiter, deutlich fitter sind. Und das sieht man dann auch wiederum in den Spielen. Da gab es viele Knappe zu Beginn, die man dann aber hinten raus noch drehen konnte. Das zeigt auch, dass man wirklich mit Rückschlägen gut umgehen kann. Ja, da hat man jetzt nicht unbedingt geglänzt, wie jetzt im letzten Spiel, in dem man 7 zu 0 gegen Real Valladolid gewinnen konnte. Aber man hat schon auch die vielen guten Ansätze gesehen, die ich jetzt im Weiteren vor allem beleuchten werde. Dabei gehe ich wie immer, wenn ich Mannschaften analysiere, systematisch vor. Also erst das Spiel mit Ball von hinten nach vorne, dann das Spiel gegen den Ball von vorne nach hinten, je nachdem. Aber erstmal grundsätzlich agiert man tatsächlich aus einem 4-3-3 heraus. Das verschiebt sich natürlich sowohl mit als auch gegen den Ball. Dennoch ist das mehr oder weniger die Grundformation, die man auch häufiger sehen kann. Was ja schon ein bisschen ungewöhnlich ist, da Hansi Flick eigentlich eher einen 4-2-3-1 präferiert. Hat sich da jetzt aber auch gewissermaßen angepasst. Denn das ist natürlich schon die klassische Barca-Formation, die man in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer gesehen hat. Und die bei der spanischen Nationalmannschaft gerade im vergangenen Sommer bei der EM natürlich auch sehr stark funktioniert hat. Mit unter anderem Spielern wie Lamin Jamal, mit Dani Olmo, mit Petri oder Ferran Torres. Fangen wir an mit dem tiefen Spielaufbau. Da muss man sagen, man wurde bis jetzt noch nicht allzu hoch, beziehungsweise vor allem noch nicht allzu intensiv gepresst. Hier hat man mal eine Szene gegen Valladolid. Da baut man es meistens mit einem 4-2-Aufbau aus. Das Ganze ist natürlich relativ flexibel. Man bezieht Ter Stegen den Torhüter mit ein. Die Innenverteidiger stehen meistens etwas breiter, öffnen somit das Feld, ziehen auch die Gegner auseinander. Um dann im Zentrum sowohl hinten Ter Stegen mitmachen zu lassen, aber auch im Zentrum die zentralen Mittelfeldspieler. Da kommt meistens der 6er etwas tiefer. Petri ist so ein 8er, pendelt zwischen 10er und 6er Raum. Und auch die Außenverteidiger stehen extrem breit, ziehen das Spielfeld und auch den Gegner auseinander, sind aber auch tief platziert, um dementsprechend anspielbar zu sein. Falls es der Gegner trotzdem kompakt hält, sind sie außen anspielbar über Seitenverlagerungen. Hier habe ich zum Beispiel dann mal eine Passsequenz, wie man es eröffnet. Ter Stegen auf den entgegenkommenden 6er. Der verlagert es dann gleich raus auf den Innenverteidiger Kubasi, der eben ziemlich breit steht und somit dann außen anspielbar ist und aus dem Halbraum heraus antribbeln kann. Und dann eben zwei Optionen hat, entweder man spielt diagonal in das Zentrum und eröffnet das Spiel dann von dort, dann vor allem sehr schnell und vertikal in die Spitze oder auch wieder nach außen. Oder man eröffnet es gleich über den Flügel, spielt den Ball einfach nach außen. Zum Beispiel hier ist Rechtsverteidiger Koundé auch mal ganz nach vorne geschoben in die letzte Linie, bindet da dann dementsprechend auch seinen Gegenspieler. Generell ist das immer wieder ein Schema, dass man die Spieler erst vorne in der letzten Linie platziert. Die dann aber dynamisch sich tiefer fallen lassen und dann eben mit nicht ganz so viel Gegnerdruck in die Position erst reinkommen. Unter Xavi war das meistens noch relativ statisch und das ist unter Flick deutlich besser. Im Zentrum haben wir hier zum Beispiel die Doppelachter aus Petri und Dani Olmo, die sich fallen lassen und zum Ball orientieren, sich anspielbar machen. Aber auch gewissermaßen breit stehen, um dann zwischen ihnen den Raum zu öffnen für andere Spieler, die sich fallen lassen. In dem Fall Rafinha, der in dem Spiel linker Flügel gespielt hat, zuletzt aber auch häufiger Zehner war. Oder auch Lewandowski kann sich hin und wieder fallen lassen. Ich habe es gerade gesagt, man spielt dann entweder über den Flügel oder durchs Zentrum. Eine weitere Variante, die man auch ab und zu sieht, ist der lange Ball hinter die Kette, den man aus der ersten Aufbaulinie direkt spielt. Hier zum Beispiel Dani Olmo macht einen Tiefenlauf, bekommt dann den Ball in die Tiefe von Koundé. In dem Fall ist jetzt kein Tor gefallen, aber man sieht das hier ganz gut. Auch die Struktur im Ball besitzt, dass man mal vorne die Gegner bindet. Im Normalfall, wenn es der Gegner gut verteidigt, ist das auch nicht das allerbeste Mittel. In dem Spiel gegen Valladolid, die war natürlich nicht ganz so gut gegen den Ball mit sieben Gegentoren. Da hat es zu zwei Treffern geführt. Einmal hier Kubasi mit einem guten Chipball auf Rafinha, der dann das Tor erzielt. Aber dann auch hier bei diesem Tor, Lamin Yama lässt sich mal fallen, zieht ins Zentrum, spielt dann den Ball auf Lewandowski, der das 2 zu 0 glaube ich erzielt. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispielszenen an, wie man das Spiel von hinten nach vorne bringt. Zunächst mal durch das Zentrum, da macht man häufig auch einen Dreieraufbau. Vorhin haben wir es gesehen mit Koundé, der Rechtsverteidiger, der einrückt und es zu einem Dreieraufbau macht. Hier hat man es mit dem Sechser, der sich tief fallen lässt, dann aber den Ball nach vorne treibt und die Anspielstation hier mit Rafinha findet, der sich fallen lässt und den Ball erhalten kann, da die beiden Achter, Petri und Olmo, wieder relativ weit auseinander stehen und das Feld für ihn öffnen. Er dreht sich dann gut auf, kann den Ball nach vorne treiben. Das ist ja generell ein bekanntes Musterunterflick, progressives Passspiel und dann, wenn man den Raum hat, den Ball schnell und vertikal nach vorne zu treiben, um da dann schnell zu Chancen zu kommen. In dem Fall Rafinha, das Zentrum ist kompakt, dementsprechend sucht er erstmal noch auf außen die Anspielstation mit Ball D links. Auch hier eine schöne Szene, da steht Valladolid mal gestaffelt in einem Mittelfeldpressing hinter dem Ball. Man eröffnete es über die Innenverteidiger, die generell sehr spielstreich sind mit Inigo Martinez und Pau Gubasi, die bis jetzt gespielt haben. Martinez eröffnet hier auf Petri im Zentrum. Der hat zuvor sogar schon einen Pass klatschen lassen, hier spielt man ihn wieder an. Dann dreht er auf, Dani Olmo hat sich von der rechten Seite in den freien Raum zwischen den Ketten bewegt. Er hält dann den Pass, spielt ihn direkt weiter in den erneut freien Raum, aus dem er gekommen ist, auf Petri, der den auch erkennt. Da hinein startet und dann den Ball zwischen den Linien hat und dann eben rauslegt auf Lamin Jamal. Und wie man dann im letzten Drittel zu Chancen kommt, da gibt es auch bestimmte Muster, wie man sich Chancen kreiert. Dazu kommen wir gleich noch. Aber alleine das, dass man den Ball nach vorne bekommt zu solchen Spielern wie Lamin Jamal, reicht häufiger auch schon, dass sie dann ein Tor kreieren. Sei es über einen Schlenzer, wenn er nach innen zieht oder eine seiner genialen Flanken auf den zweiten Pfosten. Aber zunächst noch die andere Variante, wie man ins letzte Drittel überhaupt erst gelangt. Und da ist noch das Spiel über den Flügel. Hier zum Beispiel ist das Zentrum zu gegen Athletic Bilbao. Inigo Martínez eröffnet über den Flügel links mit dem Außenverteidiger Baldé. Der spielt dann direkt weiter auf Rafinha, der in die Tiefe startet. Er hält dann außen den Ball, bringt direkt die Flanke auf den zweiten Pfosten, wo sich Lewandowski gut absetzt und dann den Abschluss nimmt, den der Torhüter allerdings parieren kann. Grundsätzlich hat Barca also verschiedene Wege, wie sie den Ball von hinten nach vorne bekommen. Hier zum Beispiel ist wieder das Zentrum zu. Wenn da keine Passoption offen ist im Zentrum, über die man vertikal nach vorne spielen kann und das Spiel nach vorne bringt, spielt man es halt eben über außen. Da hat man meistens zwei Spieler mit dem Außenverteidiger und mit dem Flügel und kann das Ganze dann so ganz gut eröffnen. Gehen wir jetzt dazu über, wie man sich, wenn man dann im letzten Drittel ist, Chancen herausspielt, Chancen kreiert. Dazu sehen wir hier nochmal eine Szene, wo man zunächst hinten den Ball hat. Inigo Martínez mit einem linienbrechenden Pass auf Olmo. Dann kann man das Spiel auf die rechte Seite verlagern. Von da bekommt man dann den Ball vom Flügel in den Halbraum. Jamal nimmt sich hier den Abschluss. Da resultiert mit dem Nachschuss auch ein Tor daraus, wurde allerdings wegen Foulspiel aberkannt. Deswegen hat es Rayo auch nicht ganz so gut verteidigt, aber das Muster wird klar und wird dann auch knapp 10 Minuten später wieder genutzt. Und da kann man dann wirklich die Führung später zielen. Da ist es Jamal, der einfach außen komplett vorbeigeht bis an die Grundlinie. Dann in den Rückraum spielt auf Dani Olmo, der sich den Abschluss mit links nimmt und Barca hier zum Sieg schießt. Und genau das schafft man immer wieder, nämlich vom Flügel in den Halbraum zu gelangen und dann ein Cutback zu spielen, also einen Pass in den Rückraum, den dann ein Spieler verwerten kann. Zum Beispiel hier wieder ein relativ später Siegtreffer gegen Athletic Bilbao. Rafinha auf dem Flügel spielt ihn perfekt in den Halbraum auf den einstartenden Petri. Der nimmt ihn dann mit zur Grundlinie, bringt den Ball in die Mitte. Der Torhüter lenkt ihn dann ins Zentrum zu Lewandowski. Also in dem Fall schon auch relativ glücklich, dass man dann noch das Tor erzielen kann. Aber es sind halt klar einstudierte Muster und so kommt man dann zu Torerfolgen, sei es gut herausgespielt oder dann auch mal relativ glücklich. Es folgen jetzt noch ein paar Szenen, wie man sich Chancen kreiert bzw. zu Torerfolgen kommt. In dem Fall wieder vertikal durchs Zentrum gespielt. Dani Olmo dann mit einem guten Steckpass auf Rafinha, der hier wieder das Tor erzielen kann. Auch hier einen Steckpass auf Rafinha. Generell gut getimete Läufe, aber auch gute Pässe, auch wenn es Valladolid einem relativ leicht gemacht hat. Aber, das will ich jetzt hier noch zeigen, es lag nicht nur daran, dass der Gegner es schlecht gemacht hat. Man hat es auch mit einer guten Struktur immer wieder vorbereitet, dass man es auch schafft, in diese Szenen zu kommen. Hier zum Beispiel sieht man ein klares 4-3-3 im Aufbau. In den Positionen ist man ohnehin sehr flexibel. In dem Fall ist zum Beispiel mal Rafinha als Achter, Dani Olmo als linker Flügel. Dementsprechend verwirrt man auch so ein wenig die Gegner. In dem Fall war Dani Olmo erst im Zentrum, zieht dann raus auf den Flügel, öffnet somit den Raum zwischen Außen- und Innenverteidiger vom Gegner, in den dann der linke Achter, ich glaube Fermin Lopez, einstarten kann. In dem Fall findet man ihn nicht. Aber grundsätzlich, wenn man das immer wieder schafft, kann man so in gefährliche Szenen kommen. Hier zum Beispiel gelingt das, da erzieht man dann sogar das 7 zu 0. Ist ein leicht anderes Muster, aber relativ ähnlich. Da erhält außen Balde, der Linksverteidiger, den Ball. Es wird sowohl auf ihn als auch auf den ballnahen Achter Druck ausgeübt. Das öffnet die rechte Verteidigungsseite von Valladolid komplett. Das erkennt Rafinha, der in den Raum hinein startet. Er hält dann hier den Pass von Balde, geht ein bisschen nach vorne, zieht auch den rechten Innenverteidiger von Valladolid raus. Dementsprechend ist eine Unordnung in der Abwehr hinten. Ferran Torres startet in der Mitte gut ein. Flanke kommt perfekt und er zielt das 7 zu 0. Um das wirklich sehr gute Spiel mit dem Ball abzurunden, hier nochmal zum Abschluss eine Szene. Ein Torerfolg gegen Rayo Vallecano. Da hat man Petri ins Spiel bekommen, der dann den Ball nach vorne treibt. Spielt hier den guten Steckpass auf Rafinha in die Tiefe. Der wiederum legt zurück in den freien Raum auf Petri, der weitergelaufen ist, den Raum erkannt hat, dann den Ball erhält, mitnimmt und abschließt zum 1 zu 1 in dem Fall. Also das war wirklich wieder ein typischer Flicktreffer. Man bekommt Petri aus der ersten Aufbaulinie heraus ins Spiel. Er treibt den Ball raus auf den Flügel, dann der Ball vom Halbraum zurück ins Zentrum. Da direkt der Abschluss und der Torerfolg. Das bringt uns zum Spiel gegen den Ball, das durchaus Licht und Schatten hat. Wir fangen erstmal an mit dem Pressing, also von vorne nach hinten, später das tiefere Verteidigen. Und da ist es schon so, dass man bei fast jedem Gegner hoch anläuft, die wirklich mit einer hohen Intensität unter Druck setzt, um so schnell wie möglich den Ball zurück zu erobern, das Spiel zu kontrollieren oder dann halt eben über Ballgewinne direkt zu Umschaltsituationen und Chancen zu gelangen. Die Struktur ist hierbei im Grunde schon auch ein 4-3-3, wandelt sich dann aber ein bisschen ab. Generell passt sich Flick, was die Matchpläne gegen den Ball angeht, immer stark an den Gegner an, guckt da, was die mit dem Ball machen und dementsprechend agiert man da auch unterschiedlich je nach Spiel. Aber man erkennt schon klare Muster, die meistens gleich sind. Man muss sagen, man hat jetzt auch nur gegen Teams mit einer 4er-Kette gespielt. Wie das dann gegen Teams mit einer 3er- oder 5er-Kette ist, muss man auch erstmal schauen. Aber betrachten wir erstmal, was man bis jetzt so sehen konnte. Da ist es dann tatsächlich so, dass Lewandowski, trotz dessen, dass er als Stürmer eigentlich in vorderster Linie agiert, gegen den Ball sich etwas fallen lässt und die laufintensiveren Aufgaben dann den Flügelspielern mit Jamal rechts und Rafinha links überlässt, beziehungsweise je nachdem, wer dann linker Flügel ist. In den ersten Spielen war das Ferran Torres, im letzten dann Rafinha. So positionieren sich die Flügel meistens zwischen den Außen- und Innenverteidigern vom Gegner, gehen dann aber schon eher auf die Innenverteidiger. Lewandowski presst dann das Mittelfeld, die zweite Aufbaulinie des Gegners, zusammen mit den Achtern, mit Olmo und mit Petri. Und interessanterweise, wenn dann die Flügel Druck ausüben auf die Innenverteidiger, sind ja meistens dann die Außenverteidiger vom Gegner frei. Da schiebt man dann mit den eigenen Außenverteidigern hoch, sobald die den Ball erhalten, um dann Druck auszuüben. Sehen wir hier links unten am Bildrand mit Koundé, der darauf lauert, sobald der gegnerische Spieler den Ball erhält. Diese Herangehensweise wird hier in der Draufsicht ziemlich gut ersichtlich. Da hat man in vorderster Front die beiden Flügelspieler an den gegnerischen Innenverteidigern, dann am gegnerischen Mittelfeld Lewandowski, Petri und Olmo. Die Außenverteidiger des Gegners lässt man bewusst frei. Man könnte es ja auch mannorientiert direkt zustellen, dass die Außenverteidiger da direkt am Mann sind. Dann wären die gar nicht erst frei, aber das ist schon ein bewusstes Stilmittel, dass man die frei lässt, den Pass auf sie ermöglicht und sobald sie den Ball haben, dann eben erst Druck auf sie ausübt. Also in dem Fall eine bewusste Pressingfalle, dass man den Gegner dazu verleitet, das spielerisch zu lösen, sich hinten raus zu spielen, dann aber dennoch Zugriff auf den Ball bekommt und den Gegner den Ball nicht direkt langschlagen lässt. Da muss man auch sagen, mit Kubasi und Martinez hat man zwar sehr gute Passspieler, aber zwei Innenverteidiger, die physisch schon so ein bisschen Probleme haben, nicht die allerbesten in Luftduellen sind. Man sieht zum Beispiel hier auch, den Sechser hat man dann meistens etwas fallen lassen in die letzte Linie. So konnten dann die Innenverteidiger Druck auf die gegnerischen Flügel ausüben und eher nach außen verteidigen, sobald die eigenen Außenverteidiger mal überspielt wurden. Hat dann aber dadurch, dass der Sechser sich fallen ließ, immer wieder den Sechserraum geöffnet, in den dann ein Spieler vom Gegner dynamisch rein starten konnte und den Ball erhalten konnte. Wurde jetzt in dem Spiel nicht bestraft, aber wir kommen jetzt gleich noch zu Spielszenen. Hier übt Rafinha zunächst auf den Außenverteidiger Druck aus. Der hat nach vorne keine Anspielstation, auch nicht ins Zentrum, weil im Zentrum ist Petri am Gegner, beziehungsweise Rafinha macht es selbst auch zu mit seinem Deckungsschatten und den Flügel macht der Außenverteidiger zu, der auf ihn drauf schiebt. Dementsprechend muss der Spieler den Pass nach hinten spielen. Rafinha macht dann den Weg durch, übt auch Druck auf den Innenverteidiger aus. Im Zentrum sind wieder alle Passoptionen zu. Lewandowski ist am gegnerischen Sechser. Jamal rückt ein auf den Innenverteidiger, dementsprechend ist auch da die kurze Passoption zu. Der Torhüter spielt dann den Ball über Jamal raus auf den Außenverteidiger. Koundé wartet nur darauf, schiebt dann nach vorne, um Druck auszuüben. Jetzt macht man wieder alle Passoptionen zu. Ja, ins Mittelfeld wäre hier offen, sie spielen es aber hinten rum, schlagen dann den langen Ball nach vorne und Barca kann den Ball zurückerobern. Hier sieht man noch ganz gut, wie sich das dann in der Abwehrreihe verhält. Hier spielt Valladolid den Pass wieder auf den Außenverteidiger. Koundé schiebt daraufhin nach vorne und hinten wird ja dann der Flügelspieler frei, den er eigentlich verteidigt hat. Daher rückt dann eben der rechte Außenverteidiger nach außen, um den zu verteidigen und der Sechser lässt sich fallen, um dann im Zentrum nicht allzu offen zu stehen. Das soweit das Prinzip gegen den Ball. Sieht man auch hier nochmal ganz gut. Koundé ist etwas weiter vorne. Kubasi hier am linken unteren Bildrand am Flügelspieler des Gegners. Vorne macht man dann auch nochmal mehr Druck. Olmo zum Beispiel arbeitet hier mit dem Deckungsschatten, macht dann aber trotzdem Druck auf den Innenverteidiger. Generell wirklich hohe Intensität, viele hohe Ballgewinne, aus denen auch Chancen resultiert sind. Und das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hat aber dennoch ein sehr hohes Risiko, wenn man dann doch mal überspielt wird. Das ist jetzt gegen Teams wie Valladolid nicht allzu oft der Fall gewesen. Hin und wieder aber schon. Zum Beispiel hier, da hat man es dann geschafft, aus einem Durchbruch zu haben. Der Flügel gegen Koundé. Es ist dann zum Beispiel auch so, dadurch, dass die Flügel, in dem Fall der Rechte mit Jamal, ziemlich weit vorne agiert. Der hat dann auch einen sehr langen Weg nach hinten. Fehlt dann meistens im Verteidigen. Dementsprechend zieht hier zum Beispiel Dani Olmo der rechte Achter raus, um Koundé zu unterstützen. Öffnet somit aber das komplette Zentrum, weil sich halt auch der Sechser fallen lässt in die letzte Linie zwischen den Innenverteidiger. Und da ist man dann schon auch anfällig, beziehungsweise bietet Räume an für den Gegner, auch wenn es Valladolid nicht ausgenutzt hat. Gleiches hier auf der anderen Seite, da ist es noch brenzliger. Hier kommt Rafinha auch erst spät nach hinten, weil er halt vorne in der ersten Linie Druck ausgeübt hat. Valladolid hat hier zwei Spieler auf dem Flügel. Im Zentrum zieht dann Petri nach außen. Der Sechser lässt sich fallen, öffnet somit den Raum. Können sie nicht ausnutzen, kamen generell nur zu einer richtigen Torchance. Aber gegen bessere Gegner wird so etwas bestraft. Und dazu kommen wir jetzt auch, denn sie hatten ja durchaus schwere Spiele in den ersten drei. Gegen Athletic Bilbao und auswärts gegen Rayo und gegen Valencia. Zum Beispiel hier gegen Bilbao. Der Flügel spielt rein ins Zentrum. Da ist kein Gegenspieler vom Barca. Der hat dann Zeit, den Chip hinter die Kette in den Halbraum zu spielen, auf den eingestarteten Flügel. Und daraus resultiert dann letztendlich auch der Elfmeter zum 1 zu 1 Ausgleich. Also da hat man durchaus Schwächen, vor allem wenn man auch mal länger tief verteidigen muss. Das liegt einem nicht ganz so. Und da hat man schon das eine oder andere Gegentor kassiert. Hier wurde zum Beispiel wieder das Pressing überspielt. Da fehlen sowohl Flügel als auch 8 da hinten. Und Nico Williams, ein exzellenter 1 gegen 1 Spieler. Den wollte Barca nicht umsonst. Ist dann isoliert ins 1 gegen 1 gegen Koundé. Zieht dann auch rein, nimmt den Abschluss, der knapp vorbeigeht. Also das ist schon auch eine Gefahr. Auch im Spiel gegen Rayo Vallecano war man anfällig. Hier spielen sie es auch über den Flügel. Dann ins Zentrum, wo einfach sämtliche Spieler fehlen, um das zu verteidigen. Easy Palathon bekommt ja dann einen gefährlichen Abschluss, auch wenn kein Tor daraus resultiert. Hier sieht man nochmal das Pressing-Schema. Hinten die klare 4er-Kette. Vorne lässt sich Lewandowski etwas fallen. Die Flügel machen Druck auf die Innenverteidiger. Rayo macht es hier aber ganz gut. Macht das Spiel breit mit den eigenen Außenverteidigern. Spielen die Seitenverlagerung. Und wir wissen ja, sobald der gegnerische Außenverteidiger dann den Ball erhält, schiebt der Linksverteidiger von Barca, beziehungsweise der Außenverteidiger, drauf. In dem Fall machen sie das auch. Man bekommt es aber im Zentrum nicht schnell genug hin, dass der linke Innenverteidiger dann auf den Flügel schiebt, den zuvor der Linksverteidiger verteidigt hatte. Man bekommt hier auch die Abseitsfalle nicht hin. Dementsprechend hat der rechte Flügel von Rayo hier einen Durchbruch. Zieht dann an die Grundlinie, legt den Ball zurück in den Rückraum. Rayo kann das 1 zu 0 erzielen. Ter Stegen sieht auch nicht ganz gut aus. Aber hier wurde man tatsächlich mit den eigenen Waffen geschlagen. Auch da einen Durchbruch über Außen. Ball zurück in den Halbraum. Und dann ein Abschluss ist ja eigentlich, was Barca mit dem Ball ganz gut selbst macht. Auch in dem Spiel gegen Rayo. Aber hier haben sie es selbst nicht verteidigt bekommen. Und man war da tatsächlich noch weiterhin anfällig. Auch hier, da wurde das Pressing wieder überspielt. Man hat Außen 1 gegen 1, dass Koundé nicht verteidigt bekommt. Ball in den Rückraum und ein guter Abschluss, den Ter Stegen in dem Fall aber noch parieren kann. Also gewissermaßen war es schon auch glücklich, dass man hier jedes Spiel gewinnen konnte. Auch wenn man mit Ball wirklich sehr gute Ansätze hat. Hier zum Beispiel in der letzten Minute im Spiel gegen Rayo. Man spielt eine extrem hohe letzte Linie. Also da bietet man sehr viel Platz in die Tiefe an. Den nutzen sie hier auch. Spielen einen guten Tiefenpass. Man ist außen durch. Der Ball kommt ins Zentrum. Und ich glaube, ein Tacker verpasst er dann in der Mitte. Eigentlich muss er den fast machen. Und wenn er den macht, dann ist das Spiel vorbei. Dann ist es ein Unentschieden. So konnte man es gewinnen. Hat dementsprechend jedes Spiel bisher gewonnen. Das geht so aber auch in Ordnung. Denn man hat sehr gute Ansätze mit Ball. beziehungsweise da ist das Spiel schon sehr stark. Vor allem wird das, denke ich, mit der Zeit noch besser. Gegen den Ball ist das Pressing auch schon stark. Weist aber auch große Risiken auf. Die man aber, glaube ich, in Kauf nimmt. Da man sich offensiv dafür sehr viel kreiert. War ja auch bei Bayern damals so unter Flick. Da gab es immer sehr viele Tore offensiv. Man hat aber auch sehr viele Gegentore bekommen. Zumindest im Verhältnis zu anderen Bayern-Trainern. Und ich glaube, dieser Stil, diese Herangehensweise ist einfach für eine Nationalmannschaft nicht unbedingt die richtige. Weshalb das Ganze mit Flick beim DFB nicht ganz so funktioniert hat. Aber mich überrascht es jetzt nicht unbedingt, dass es bei einem Team funktioniert, bei dem er zum einen die nötige Zeit hat, das Ganze einzustudieren. Und zum anderen das nötige Spielermaterial für diesen Spielstil hat. Zum Beispiel hast du gute Pressing-Spieler vorne, abgesehen von Lewandowski. Aber er hat gute Pressing-Pläne, um das zu verdecken. Und mit Ball hast du definitiv auch die passenden Spieler dafür. Vor allem eben im Mittelfeldzentrum, um dieses progressive, vertikale Passspiel aufzuziehen. Daher mal schauen, was die Zukunft bringt. Wenn man ansonsten keine allzu große Unruhe im Verein hat, alle Spieler registrieren kann und so weiter, dann kann man auf jeden Fall um die Meisterschaft mitspielen. Auch wenn der Kader von Real Madrid natürlich qualitativ deutlich besser ist. Aber hier hat man wirklich ein funktionierendes Team, eine funktionierende Spielweise, Spielidee. Das passt wirklich vorne und hinten. Vielleicht kann man ja auch in der Champions League relativ weit kommen. Ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht, wie viele andere, die diese Anstellung von Flick vor der Saison ziemlich kritisch gesehen haben. Das soweit meine doch recht ausführliche Analyse zu Barcelona unter Hansi Flick. Finde ich auf jeden Fall ganz spannend, was er da so macht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr schon Spiele gesehen, Highlights oder sonst was? Gerne eure Meinung unten rein. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!